Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wo bleibt der sechste Teil? Gute Frage, ich würde es auch gerne wissen. Seit über einer Stunde scheint hier laufend mit diesem blinkenden blauen Emblem Überprüfungen dauern länger als erwartet. Das ist der sechste Teil dieser Suez-Geschichte. Ich hätte ihn schon gerne hochgeladen, aber offenbar ist der sechste Teil immer der beste. Also ich meine jetzt auch vom Umsatz her und da es ein amerikanisches Unternehmen ist, muss natürlich wirtschaftlich gedacht werden. Also das heißt, ich kann sofort mich davon befreien. Aber das will ich nicht. Ende.